Ganz egal, ob Bier gebraut wird, Farben gemixt, Medikamente produziert oder Handys, Flugzeuge und Autos zusammengebaut werden. Alle reden von Digitalisierung, digitaler Transformation, digitalen Unternehmen, aber wo fängt man an? Wie macht man das am besten und kennt sich da jemand aus, der helfen kann? Siemens hat das digitale Unternehmen zur Chefsache gemacht und hat da richtig was zu bieten. Und zwar nicht nur Hard- und Software, sondern auch tatkräftige Serviceexporten, die vom ersten Tag an dabei sind mit umfassendem Know-how und ganz viel Leidenschaft. Wir nennen das Digital Enterprise Services. Dabei geht es darum, Maschinenbauer und Industrieunternehmen aus allen Branchen zu beraten, tolle digitale Lösungen zu implementieren und kontinuierlich zu optimieren. Also in drei Schritten zum Erfolg. Konkret heißt das, unsere Serviceexperten analysieren den digitalen Reifegrad des Unternehmens, erstellen Roadmaps, erzeugen digitale Zwillinge von Maschinenanlagen und ganzen Werken, simulieren die Abläufe und nehmen alles virtuell und auch ganz real in Betrieb, implementieren Industrial Edge-Technologie, schaffen Verbindungen zur Cloud, optimieren fortlaufend die Anlageneffizienz, immer öfter sogar mit Hilfe künstlicher Intelligenz und hängen sich bei allem richtig ins Zeug. Das wollen Sie sehen? Was wir für Kunden umsetzen, machen wir natürlich auch in unseren eigenen Werken, so zum Beispiel im Manufacturing Fürth. Im schönen Fürth. Hier fertigen wir Spezialprodukte in kleinen Mengen. Das heißt, wir benötigen super hohe Flexibilität in der Fertigung und es muss natürlich super schnell gehen. Bei maximaler Qualität, ist ja klar. Um das zu gewährleisten, haben wir Manufacturing Fürth in ein Digital Enterprise umgewandelt, in besagten drei Schritten. Was nützt das tollste Werk, wenn es nicht sicher ist? Deshalb haben unsere Security-Experten alle Prozesse durchleuchtet, Sicherheitslücken identifiziert und sie geschlossen. Alles top gelaufen. Jetzt haben wir die höchste Industrial Security, die es gibt. Wegen der kleinen Produktionsmengen werden viele unterschiedliche Produkte in Kisten transportiert. Aber immer wieder gab es die Frage, wo ist die Kiste X oder nennen wir sie Heidi? Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Zeit und Mühe es kostet, Heidi, immer wieder zu suchen. Also haben sich die Service-Experten etwas ausgedacht. Sie haben einen digitalen Zwilling der Halle aufgebaut, den Fluss der Kisten durch die Produktion simuliert, analysiert und so eine Lösung gefunden. Heute hat jede Kiste ein RTLS-Tab. Das bedeutet Real-Time Locating System. So auch Heidi. Sobald die Kiste in die Halle kommt, merkt das unser System und erkennt jederzeit zentimetergenau ihre Position. So kann man immer ganz genau sehen, wo Heidi gerade ist. Heidi, komm mit! Wir wissen ja alle, es geht immer noch ein bisschen besser. Im Manufacturing 4th haben wir uns eine ganze Produktionslinie vorgenommen. Das Ziel, offene Lötstellen zu reduzieren. Wir sammeln Prozessdaten, die mit Edge Computing lokal optimiert und in der Cloud durch entsprechende Algorithmen analysiert werden. Mithilfe einer Root-Course-Analyse können Fehlerquellen identifiziert und behoben werden. Das erhöht die Produktqualität und die Overall Equipment Effectiveness. OEE. Das waren nur ein paar der unzähligen Dinge, die die Experten von Digital Enterprise Services alles so machen. Die wissen eben, wie Digitalisierung geht. Profitieren auch sie. Siemens. Ingenuity for life.